Hey, zurück zu Ghost of Tsushima. Wir sind hier jetzt in diesem Heilbad. Irgendwie, ich wollte, bevor ich die Quest weitermache, wollte ich nochmal kurz checken. Hier ist ja irgendwie, sollte ich ja mit jemandem sprechen, der hier im Heilbad ist. Kommt, mein Herr! Oshitsunes Geschichte erwartet euch! Okay. Dann. Utsutsune, das ist doch der, den wir suchen. Vor langer Zeit wurden ein Kaiser und sein Palast von einem geflügelten Dämon heimgesucht. Der Kaiser schickte nach Utsutsune, dem bekanntesten Schützen seiner Zeit, dessen Bogen von Kami gesegnet war. Als sich der Dämon erneut zeigte, war Utsutsune bereit. Mit dem Langbogen war er präziser und seine Pfeile flogen weiter als die jedes anderen Schützen in Japan. Utsutsune schoss nur einen Pfeil ab. Er durchbohrte das Herz des Dämons. Als er zu Boden fiel, verfluchte er Utsutsune in seinem letzten Atemzug. Kurz darauf sah Utsutsune die Gestalten des Dämons überall. Sein legendärer Bogen verfehlte nie. Doch jedem Pfeil, der sein Ziel traf, folgte ein menschlicher Schrei. Die Leichenspur führte zu seiner Gefangennahme. Obwohl viele Utsutsunes Tod forderten, empfand der Kaiser Mitleid mit ihm. Utsutsune wurde auf die Insel Tsushima verbannt. Er starb Jahre später. Allein und beinahe völlig vergessen. Der Dämonentöter Langbogen ist seit seinem Tod hier verborgen. Manche sagen, erwarte auf einen würdigen Meister. Andere glauben, erberge noch immer den Fluch des Dämons. Fluch oder nicht, der Bogen muss mächtig sein. Gebt Acht, mein Herr. Der Bogen nährt die Finsternis in jenen, die danach suchen. Ich werde daran denken. Doch wo soll ich mit der Suche beginnen? Um seinen Geist zu beruhigen, ging Utsutsune oft an der Küste spazieren. Er liebte die blauen Hortensien dort. Vielleicht liefern sie einen Hinweis. Mhm. An der Küste. Pferdchen. Pferdchen. Küste ist ja mehr so die Ecke hier. Wollte ich gerade sagen. Okay. Reiten wir dahin. Hm. Schnell, Kacke! Oh, sollten wir lieber zu Fuß, ne? Soll ich das Pferdchen gar nicht machen. So, die Richtung ist korrekt. Ne, ist überhaupt nicht korrekt. Wir müssen hier hin. Pluck. Da rüber. Hm. Das ist eigentlich recht weit, ne? Vielleicht auch noch ein Pferdi. Oh, da, die blauen, dies, das, ananas. Alles klar, mal herunter. Aha. Recht gefährlich hier. Hm, hm. Blaue Hortensien, wie der Musikant gesagt hat. Ich bin in der Nähe. Hm. 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 Ah, das sind keine Hortensien. Also, mal zurück vielleicht. Hier ist dann vielleicht gar nicht so gut. Sondern eher in die andere Richtung, ha? Da lang. Wow. Super. Da unten rein. Vielleicht? Genau. Seltsam. Das Grab ist aufgebrochen. Eine Insel, umgeben von blauen Blumen. Uchizunes Bogen könnte dort sein. So. Uchizunes letzte Ruhestätte. Sieht nice aus, ne? Oh, sieht cool, ey. Sucht nicht nach dem verfluchten Bogen. Er bringt nur den Tod. Wer immer das war. Ja. Kinsel. Und Blau Blumen. Also, wir gehen hier weiter. Da hinten sind ganz viele Hortensien noch. Flup. Oh. Ich dachte, das mag er. Aber kann er zumindest abholen. So, wo ist der Vogel? Der wird mich hier wahrscheinlich nerven. Oh. Das ist nicht so nett. So eine Insel mit Blauen Blumen. Wo sind sie? Wo ist die crazy Insel? Da ist eine Insel. Aber keine Blauen Blumen. Okay. Also, weiter geht's. Tja, da habe ich mich dann doch ein bisschen verrannt, denke ich. Jetzt lassen wir mal kurz gucken, dass wir mal hier suchen, wo wir wirklich suchen sollen. So, Insel muss ja dann wohl irgendwo unten sein, ne? Es ist eine Insel. So, hier ist eine kleine Bucht, oder was? Wow. Das ist vielleicht das Bäumchen, was wir schon gesehen haben. Ich weiß nicht. Oder das, oder? Sieht cool aus. Und das ist dann die Insel da drüben, oder? Sehr geil. Wie kommen wir da rüber? Einfach rüber kraxeln, oder was? Rüber klettern, reiten, schwimmen. Hm. Oh, Junge, was passiert? Nicht gesund. Ich weiß nicht, können wir da rüber reiten? Ich kann es mal ausprobieren. Da fährt ich, hat er keinen Bock drauf. Und, können wir schwimmen? Ja, guck mal. Und da ist eine Hügel. Ja, schau mal. Alles klar. Oh, cool. Ein Berg, umgeben von... Oh. Und die zündes Bogen könnte dort sein. Ah, ja. Das könnte wohl sein. Mist, müssen wir noch weiter? Oh, oh, er ist schon wieder. Setzt eure Suche fort und Tsushima wird fallen. Genug. Sprecht auf. Das ist eure letzte Chance. Lasst den Bogen in Ruhe. Nup. So, der Berg. Wo soll der sein? Da hinten. Hm. Okay, wir wollen trotzdem Ferdinand und werden da hin reiten, würde ich sagen. Haben wir das markiert? No. Doch, jetzt. Moment. Klein Moment. In diesen Zeiten ist der Handel schwierig, mein Herr. Mhm. Höher! Oh, alles blau hier. Sehr schön. Berg. Blau. Wir reiten da rauf, oder? Ging es nicht irgendwie mal einen Berg? Moment. Drei Hügel. Hm, 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 hm. Das hier. Okay. Müssen wir das vielleicht auch noch markieren auf der Map, dass wir das wirklich machen. Guck mal da drüben. Ich mein, blauer geht es ja schon nicht. Nice. Jetzt gibt's Ärger. Jetzt gibt's Ärger. Wo bin ich? Der Bogen ist verflucht. Ihr werdet bis ans Ende eurer Tage nur tot sehen. Okay. Hm. Was ist das Gefühl? Was auch? Spannende Musik WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Fürchtet ihr den Fluch des Dämons nicht. Erst vertreibe ich die Mongolen. Dann kann ich die Psychosaube. Ihr werdet schon sehen, der Dämon wird euch heimsuchen. Ich bin der Dämon. So. Oh. Der Fluch von Uchi zu nehmen. Okay. Lass mal gucken. Sprengpfeil. Halt H2 gedrückt und wechseln mit. Okay. Schlingen. Schlingen. Na gut. Okay. Wir haben einen langen Bogen. Das ist sehr gut. Mehr machen wir aber erst beim nächsten Mal. Okay. Also bis dann. Ciao.